Yo Leute, was geht ab? Freestyle Pro schon wieder hier am Start. Ja, ich habe ja jetzt gestern schon ein Gameplay hochgeladen von Slender the 8 Pages, aber ich habe mir so jetzt mal irgendwie vorgenommen, so viele Folgen aufzunehmen, wie es Seiten gibt. Das heißt, es werden jetzt insgesamt 8 Folgen kommen und vielleicht gibt es ja mal so die Aussicht auf einen Erfolg, dass ich die 8 Seiten alle finde und jo, starten wir doch direkt wieder. Jetzt gehe ich mal in die andere Richtung. Hier ist ganz genau das Spiel, wo da dieser Tour ist und da sehen wir ihn auch schon. Wir haben jetzt auch mittlerweile schon halb eins in der Nacht, aber für so ein Horrorspiel, vor allem nach 8 ist ja die Stimmung dann immer noch besser und passt das ja. Und da haben wir auch schon die erste Seite. Don't look how it takes you. Schöner Hinweis. Ich werde mal schauen, in was für Tagen ist. Ich versuche jetzt so täglich vielleicht so zwei Folgen vielleicht zu machen. Alle zwei Tage zwei Folgen. Ich werde mal schauen, wenn wir jetzt schon verfolgt werden, tut mir leid. Wo ist denn der? Ich dachte, dass ich Christoph hier habe. Okay, wo ist denn der? Ach, da hinten, okay. Ich habe ihn gesehen. Wow. Das Problem ist, ich muss es genau da in den Details und ich habe keine Lust direkt jetzt schon zu verrecken. Oh Mann, Alter. Da ist die Seite. Aber bis jetzt ist noch nichts Heftiges passiert. Also der war eigentlich jetzt so nach der ersten oder zweiten Seite, in der letzten Aufnahme, war der eigentlich schon ein bisschen aggressiver, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So. Ich gehe erstmal hier rein, weil an der anderen Seite könnte man im Notfall abhauen. Wenn jetzt da um die Hecke steht, dann sind wir gearscht. Boah, Gott sei Dank. Ich gehe mal erst lieber auf die Seite, wo keine Tür ist, weil hier könnte man im Notfall nämlich dann abhauen. So, hier der ungekippte Stuhl. Okay. Drei Seiten und die Musik ist richtig, richtig fies. Und wenn du jetzt da um die Ecke stehst, Alter, dann ohne Scheiß. Boah, die Kiege. Fütze. Habt ihr die Dinge? Die sind ja stark. Was? Wo war der? Was? Was? Nee, komm, das war jetzt zu kurz. Nochmal. Hey, wo zum Fick stand der, Alter? Nee, komm, das war mir jetzt zu kurz. Da mache ich gleich nochmal den Anlauf. Sorry, die Folge, die ging jetzt nicht mal fünf Minuten, Alter. Ausgenommen von dem Intro, ey. Nee, da gehe ich nochmal rein, ey. Glaub mir, Slendy, das war kein schöner Zug von dir. Leave me alone, ja, allerdings. Ach, du willst mir jetzt nicht sagen, dass du jetzt schon aus der Puste bist. Mein Gott, das ist wie dir das ist. Alter, ich glaube vielleicht zwei Sekunden. Die schlaucht schon wieder. Ach, da ist die Seite, okay. No, 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 no. Ja, das kommt mir ziemlich bekannt vor, dieses Zitat. Also, ich gehe jetzt einfach den gleichen Weg wie vorhin. Also, ich gehe jetzt einfach den Weg wie vorhin. Wenn du da jetzt im Jäcke stehst, Alter, ich ticke aus, dann werde ich die Aufnahme direkt, ey. Oder wenn du jetzt da stehst. Das Haus ist das fieseste Teil hier überhaupt. Ich habe diesen Dreckstuhl, ey. Jetzt fühlt es sich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also, es ist noch so ziemlich ruhig hier. Das ist jetzt. Schnell raus, schnell raus. Oh Mann ey, das ist schon wieder hinter mir Oh Gott, okay Es ist ein Tunnel, oder? Hau mal ab. Ernsthaft. Jetzt ist hier keine Seite und... Oh Mann. Ah, das ist der Zaun. Wo ist denn diese kleine Pisten-Hinke, Alter? Ach, das ist der komische Wagen wieder, wo... Ich will jetzt auch noch mit Keine-Seite-Rarie hin. Da ist jetzt keine... Ist das eigentlich zu wenig jedes Mal neu bestellt? Ja, oder? Can't run, ja, schön wär's. Wirklich. Äh. Wo ist denn der, Mann? Ich seh ihn ja nicht mal. Du scheiß Pisten-Hinke, Alter. Ich seh ihn ja nicht, wo ist der, Mann? Der nächste, der hier ist vielleicht mal hier. Keiner Zicke, Alter. Ich schwöre, da schiebt der letzte Tage selber in die Marge, Alter. Da. Jetzt zeigst er dich, oder? Spacko, Alter. Ich bin im Kreis gelaufen. Scheiße. Okay, nothing right here. Okay, nothing right here. Waaah! Digger, ich krieg wegen dir heute noch ein Herzkasper, Alter. Hau mal ab, Mann. Ja, ich glaube ich kann jetzt mal ohne umdrehen, wenn es so weiter geht, dann hat er mich gleich. Mein Gott, das ist bestimmt Rauchen, wenn so hart wie ich schnaufe, ey. Ich denke, ich will nicht verklagen, wenn ich an meinem Herzinfarkt sterbe, dann bin ich bei mir. Ist ja dann verklagen oder Spaß. Okay, dann wird es mal schlecht, ich weiß aber. Mein Gott, lauf doch, ey. Jetzt kannst du auch nicht einmal irgendwie länger aushalten oder so. Oh Gott. Hau mal ab. Lauf die ganze Zeit auf diesem scheiß Weg entlang, aber es kommt kein Eis. Ah, du fucker, ey. Mega. Ja. Ich werde erst mein Gesicht operieren lassen, dann können wir weiter gehen. Ja. 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 Boah, Mann. Boah, Mann. Was denn ist das hier? Ja. Ey, sag das nicht mal mal fissend. Ah. Mein Gott, da wollte ich gerade langen Spaß, Alter. Komm mal ab. Boah. Ich darf echt keine Cola mehr vor so einer Aufnahme trinken, Alter. Der ist echt nicht der. Der kann ich keinen Millimeter nachgeben. Der ist überhaupt nicht bereit, mal einen Millimeter nachzugeben oder so. Ne, warum setzt die Musik denn rein? Ich hab doch nicht die ganze Seite gesammelt. Wo ist denn der, Alter? 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 Oh. Wo ist denn der, Alter? Der hat schon seine Tentakel ausgefahren, habt ihr gesehen, Leute. Lauf doch. Lauf doch. Lauf. 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 Lauf.